Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Der nächste Instagram-Star, der nächste YouTuber, der es auch jetzt versuchen möchte, als Rapper durchzustarten. Der Name Mika wird wohl für die einen oder anderen von euch auf jeden Fall ein Begriff sein. Er ist ein Comedy-Typ gewesen auf Instagram, der hat wirklich sehr, sehr lustige Videos gemacht. Ich bin ein sehr, sehr großer Mika-Fan, meine lieben Freunde, deshalb macht mir das natürlich sehr viel Spaß, jetzt für dich ein paar Props rauszuhauen und natürlich ein bisschen für dich Support zu machen, mein lieber Freund Mika. Also viele haben sich anfangs gefragt, okay, was ist mit Mika los, macht ihr jetzt auf einmal Rap, will ihr jetzt auf einmal einen auf K1 Samra für Arme tun? Nein, meine lieben Freunde, der hat es wirklich vor, der will wirklich durchstarten, er meinte es vollkommen ernst. Sein Video wurde in Griechenland produziert, meine lieben Freunde, Paradies nennt es sich. Er hat schon auf Instagram einen kleinen Teaser rausgehauen, so wie es all die anderen Instagram-Rapper auch machen, meine lieben Freunde. Wenn ihr Bock habt auf Mika, dann könnt ihr auf jeden Fall einen seiner Kanäle abonnieren. Ich weiß nicht genau, ob er auf YouTube noch einen Kanal hat, müsste glaube ich, weil irgendwo muss ja das Video hochgeladen werden, das Musikvideo. Auf jeden Fall hat der Rapper sich während den Dreharbeiten in Griechenland zu dem Lied Paradies wirklich einige Verletzungen zugezogen zu dem Videoclip. Mika haut direkt schon die Ansage raus und macht es wirklich öffentlich, er startet wirklich durch mit seiner Rap-Karriere. Mit Comedy ist es jetzt anscheinend vorbei, meine lieben Freunde, es gibt jetzt nur noch Rap, es gibt jetzt nur noch Musik von ihm. Auch sein Kumpel Fat Comedy, von ihm können wir auch in den nächsten Monaten auf jeden Fall sehr viel erwarten. Einen kleinen Track hat er schon rausgehauen. Ich habe schon ein Video dazu gedreht, meine lieben Freunde. Ich werde es euch unten in die Beschreibung packen, dann könnt ihr es euch gerne reinziehen. Es ist nämlich ein kleiner Diss oder besser gesagt eine kleine Anspielung auf die Shirin David. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Könnt ihr euch reinziehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall was, meine lieben Freunde. Und Peace! Was geht ab Leute, ich hoffe alles gut bei euch. Mein Name ist Mika und wir befinden uns hier gerade mit der Gramm-Crew auf Kreta. Und ein paar Leute fragen sich, Mika, was machst du denn? Was geht ab? Und jetzt darf ich es endlich sagen, ich bin übertrieben aufgeregt. Paradies kommt am 6.9.2019 raus. Ihr seid die Ersten, die das jetzt mitbekommen auf TikTok. Ich bin gar nicht, was für stressig war, dieses Video zu trainern. Aber es hat mir übertrieben, viel Spaß gemacht. Die Jungs auch mit der Runde. Also, auf jeden Fall, nein, ihr hört schon, meine Stimme ist auf jeden Fall richtig mies im Arsch. Es ist kaum wie gesungen, gesungen, gesungen Tag und Nacht. Wir sind vier Uhr morgens aufgestanden. Ich habe mich an so einem Felden verletzt hier, da geblutet, damit wir richtig geile Aufnahmen bekommen. Ich hoffe, ihr freut euch alle. Schreibt mir doch in den Kommentaren alle. Auf jeden Fall 6.9.2019 kommt Paradies. Checkt das ab. Kalender, dick, fett, einspreche Paradies. Ich freue mich, ich wüsste Bescheid. Kitanos, die Gang, boom! 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 Vielen Dank.